jetzt geht da waren wir schon hier ist was das war so ein typ mit hax axel es ist stark der buchte er so er kann echt viel einstecken der axel ob man nicht irgendwie auf ein auto gehen ja wir sind nicht nur lkw oder so ich schieße jetzt an ich log den zu mir und du gehst auf eine lkw ja ich nehme mir sogar ein van er auf dem wenn kommt darauf wenn kommt darauf ja ja mittlerweile wie komme ich denn auf den lkw drauf also über die motorhaube hübsch du wieder will ich schon wieder weg muss wieder energie tanken ich habe keine pfeile mehr super ich habe keine pfeile mehr ich habe noch ein paar metallische pfeile kleine kurze metallische pfeile da habe ich jetzt wieder zwei pfeile ja wir haben eine kommt aber ich sehe super ich sehe super ja ich habe sie sehen so muss man neue pfeile machen irgendwie kommt man das komisch was ich würde gern zum beispiel oben also ich habe gar keinen bogen am bogen auffristen und es geht nicht also ich habe eine kiste drin doch noch nun drin zu sein mit dem kärnten diese forschungsmaterialien in den kisten da 1 2 3 8 100 drinnen und das kann dir noch ein paar ff andere drin ich habe dir mal ein paar fälle hier hingelegt ach so dann dann kann am 11 nur mir cool keine rausgenommen hast dann ja habe ich nicht rausgenommen gut reicht immer noch nicht aber ich muss das nächste mal das war angezogen noch nicht jetzt aber ein der war aber sprung lebendig was jetzt auf oder zu ich schaue mir noch dafür immer mehr lichtschwert weiß dann brauche ich noch einen katana ich habe schon wieder drei stück mit dass man die nicht einschmelzen kann ja das war praktisch ja eh schon wieder der greift an und ich krieg sie krieg sie, die schick sie so jetzt probiere ich die die maschinen da zu looten wenn ihr abstürzt ich sag's euch nur, gell? alles nehmen oh, ist gekommen laden alle, du kriegst wieder kupfer ich weiß zwar nicht wofür, aber schauen wir mal schauen wir mal jetzt scheint es zu funktioniert haben dass es nix mehr abschützt oh, wo sollst du denn hintern? in die kiste wieder hinten letzte energy habe ich ich habe noch bei äh, kupfer hast du glaube ich, ne? hier, krasser kupfer von mir oh, weil hier 14 kupfer wieder rein dann weee was hast du noch dabei? hier, ich habe auch jede Menge Platz ja, dann hier 14, 16 hast du jetzt mit dem also fünf vollen maschinen kostbar ja cool, oder? ach, da sind noch Pfeile von mir wo ist das Treppenhaus? aha hier sind überall Gegner da fangen wir an also ja Lea, möchtest du mal schauen, was wir alles brauchen für eine, ähm Ölmaschine eine Ölmaschine? ne, was ist das? Ölpumpe oil pump pump ob du das vielleicht machen kannst, willst wo kann man das denn machen? ah, da im in in ne, das geht wo braucht man da für viel? ja run, thanks jetzt kommen wir an an ist die beste verlegung ui, ist der fachstuhl offen na, besser als der aufzug sauber oh oh sie ist gewohnt dort dort töten kann ich nicht führen kostet, kostet, komm ich brauche einen blauen Motor, dafür brauche ich aber einen Meistermechaniker dafür brauchst du die 500 hier ist nur ein Zombie drin öh wer hat mich denn da geschlagen? auch durch die Tür durch ein böser Junge Aua warum schlägst du mich? ah, hier ist auch noch ein Zombie drin Aua 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 da wird dirk.. ich hab einen Teil nicht mitgekriegt das muss holen können ob es liegt ist er sagte ich habe schon zum bieten er hat ihre zwingenschwester mitgebracht ich habe nicht weiter und die andere richtung geben hast du hast den ding die wände die wände die wände dahinten weil sonst werden die obfackelt was der explodos durchschauen dann warst du es mit der wand jetzt auch der geht war wird das ein stein haben wir es haben wir sicher alles die machte ich ja jetzt da schneidwerkzeuge auch hingestellt doch dazwischen oder diese die fallbeile so also diese fallbeile ja das stand nicht richtig dazwischen gehen und so knicken ja ich glaube schon weil du einen kopf hat geschießt warum mache ich öfters regel muss so jetzt nur gesagt keine ja das soll ich probieren aufrüsten hat der holzwand aufs richten holzland brauchst du bearbeitet das stein ziegel und beton da regnen pfeile von der decke ganz viel hervor ganz viel hervor ne kannst du nix öffnen so dass da ist nix los ey was hast du auch mal auf deiner seite für dich dann können wir jetzt die tage höher gehen ja nein dann dann da direkt bei einem Pfeil mitgenommen. Echt jetzt? Hängen noch zwei. Das waren nur meine Testpfeile eben, weil ich versucht habe, wo man durch das Gerippe schießen kann. Hm, hier ist nix. 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 Na, das sind nämlich genau die, die scheiße sind. Nein, das ist nicht blöd. Die funktionieren nicht. Nicht gescheit, ah. Da marschiert jeder durch, jeder der es da her schafft, naja. Bis er her schafft sie kann. Das macht man wenig Sorgen. Wollt ihr das nicht auflupfen? Jetzt. Das macht man wenig Sorgen. Weißt du, was wir machen, Alia? Was? Den da. Versetzt man nach hinten. Dann geht's jetzt aus. Was? Wie? Die. Da geht das mal. Den da. Ja, den da. Ja, was? Wege den einmal. Ist gar nix. Ja. Weil Schlösser ja an dem. Komm. Geht's mir noch hin. Warum geht's jetzt wieder aus? Ein Brecheisen, glaube ich, braucht man nicht, ne? Brecheisen. Hier ist noch eine Armbrust. Können wir nicht runterklettern, ne? Das ist super praktisch. Dirk Sester. Da kannst du nur ein Schneidewerkzeug herstellen. Haha. Hör ich grad. Hör ich grad. Hör ich grad, dass er runter springt. Oh, ich hab schon den Kopf getroffen. Oh. Guten Tag. Scheiße. Ich hab eine. Achso. Ja, doch. Achso. Ja. Was brauch ich denn dafür? Die kannst du ruhig ein bissel, äh, die kannst du ruhig ein bissel, äh, von der Mauer weg versetzen, weil die gehen ja da ums Kurven, ne? Die gehen ja da ums Kurven. Das heißt, die kommen da nicht weit hinten rein. Das heißt, eher da in der Richtung zu überbauen. Und man kann selber was denn mit der Alt-Tasten ent-snappen und dann kann man es weiter daher bauen, wo wir sind. Ja, nee, das hat irgendwie nicht funktioniert. Du musst es ent-snappen. Naja, du musst ganz so Millimeter... Hier kommen sie aber auch noch kaum durch. Guck hier. Dadurch, dass hier jetzt die Ecke ist, weil hier kommen sie ja nicht durch. Da kann man es nicht durch, aber da kann man es durch, ne? Ja, aber nur minimal. Deswegen, wenn ich da jetzt noch Millimeter hin tue, weiter nach da versetze, dann kommt es nicht mehr durch. Nein, nein, das ist die neue Falle, die zu euch passen würdest. Das meine. Ach so, die neue. Die neue. Nee, nee, nicht die Leute. So, jetzt... Hab ich nichts zu essen mehr. Ich kann mir auch was geben. Ich hab noch zwei Fleischstücke. Ja, sonst muss ich jetzt in Fernkampf gehen. Nee, komm. Du kannst noch zwei Fernstrecke, äh... Fleischstücke. Fernstrecke. Äh... Nee, ich kann dir nur vier geben, weil ich keinen Platz im Indy hab. Aber nimm die vier. Wenn ich was brauche, dann melde ich mich wieder. Da hinten war noch eine Türe. Dann übersehen. Oh, hängen geblieben. Hm, so langsam. Tschö. Guck mal, siehst du ihn auch wegsliden. Ich sehe ja auch den Kopf weg, guck mal. Sehr schön. Da ist es noch wieder eine höher, oder? Nö, überall da hinten auch schon nicht. Man lebt ja noch 16 Kupfer rein, dann. Da noch einer, ne? Und da rechts müssen wir noch. Was geht jetzt da mal los, was? Naja, du brauchst das ja. Du hast gesagt, ja? Ja. Oh, wo kommt der denn her? Da hast du eben übersehen. Ja. 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 Nee, da sind wir. Ja. Hast du Wartungskids, wochen, Alia? Ich? Ja. Wo macht man die? Ja. Da wo ich stehe. Bei der neuen Werkbank da. Da wartet. Da ist es dran. Ich kann nicht. Da. Da. Ja. Ja, wo ich stehe. Ich kann nicht. Nein. Ah, nicht, ok. Oh, ich tu wette, dass du wettest. bei der mechaniker die schaffe nie naja gut ok geht nicht geht nicht geht nicht vielleicht haben wir keine mehr wieder eine der wand stehen lassen wenn die türe ich bin ja so freundlich so hier ist noch dünger den zu holen kann zum knochen habe ich gerade abgeworfen was machte dicke dingen wer hat die dinge oder war bei mir jetzt in der schule ja das am anfang ist einer immer was du das nicht wusste naja also als ich drin war also ich bin ja schon drin gewesen alles aber er da kommt schnell der kommt wenn er kommt immer wieder 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 kommt mach ihn auf den dass ich das fand ich mir schön